Musik 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 Ok einen wunderschönen guten Abend und da bin ich jetzt wieder mit Monsanto Werder Eisbohren Nachdem ich vorhin Overwatch versucht habe, ein System und ich keinen Bock mehr hatte und dann genau am Ende irgendein Verbindungsfehler aufgetaucht ist Dachte ich mir, ich schaue jetzt mal in Monsanto World ran, was da jetzt alles Neues im Spukfest Äh Neues gibt Für eine begrenzte Zeit ist die Mondterrasse geschmückt und die Belegschaft trägt saisonale Kleidung Außerdem gibt es ein Saisonales Gericht aus knackfrischen Zutaten, die zu dem noch kostenlos sind Ohja, das kennen wir alles Ok, mal schauen Ich hoffe Ich hoffe 19 Tage für den kampfgeherdeten Vilkaner Interessant Nur eine Woche die Quest habe die Ära Sinogra Ok Ähm Das ist Terrafest und das Spukfest werden jetzt gefeiert Nice Äh Das heißt, wir können wieder Dekos fahren Spukfest Nice Ja Jagd auf den kampfgeherdeten Verfügbar Fortgeschritten wurde Wilder Winter ernächtigt Ok, was ist, was auch immer das Sensor Sensor Ja, da bin ich Draco Das ist jetzt so spät war Oha, das sieht richtig krass aus Ich bin heute relativ spät aufgestanden Und war auch irgendwie gerade den ganzen Tag eher demotiviert irgendwas zu machen Dann habe ich mich irgendwie doch überwunden mal Overwatch anzumachen Das habe ich zuerst nicht gestreamt Und als ich dann so 30 Minuten gestreamt habe oder so habe ich einen Verbindungsfehler gehabt Und irgendwie auch keinen Bock gerade gehabt auf Overwatch Deswegen dachte ich, ich schaue jetzt mal in Monster an Ey, das haben die wirklich sehr gut gemacht Gefällt mir Schauen wir uns mal die neue Rüstung an Oder wir gehen, glaube ich, direkt raus ins Siciliano Weil ich sehen möchte, wie die Wildexperte nur das verkleidet ist Und mein Handy lädt sich schon wieder nicht auf Unglaublich Please Danke Komm Jetzt bleibst du Okay Wieder lädt es so extrem lange, krass Ja, hallo, ich wollte nur, äh, die neue Kleidung von der Wildexperte und von unserem Pugel sehen Und nicht, äh, hier, äh, fünf Stunden lang warten auf irgendwas 19 Tage lang geht das 19 Tage lang geht das Okay Das ist das Zu Geil, mit dritten Augen. Ah, cool. Was hat das? Ah, ja. Blocken. Okay, bestwiderstand Handwerk. Super Waffe. Eine offensivere Abwehr. Okay. Okay. Ja, okay, kann man machen. Kann man machen, das ist dann eher was mit Grosch wird. Damit kann ich meine Palastwaffe zu einer Wasserwaffe machen. Okay. Okay. Äh, wie sieht denn das eigentlich von Palico aus? Ah, ich glaube, das habe ich schon gesehen. Jetzt habe ich eine Partyanung bekommen, okay. Dein Ernst, jetzt spielt sie Overwatch. Ich habe gerade enttäuscht über den Schei, den ich gekauft habe, der hat so gut gehorchen, aber der schwingt einfach nach nichts. Was ist los mit dem? Und hi. Hi. Kampagne. Was geht's jetzt? Äh, bei welchem Duell bin ich überhaupt? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sechs, acht, ne? Gerade schau ich mir das Spukfest in Monzante Word an. Hm. Alles gut, kein Spaß. Oh mein Gott, die unglückliche 13. Nein, mir wurde meine Liebe weggeklaut. Ich spiele Ding. Ja, ich bin dran. Ach komm, Bälle haben wir da, sag. Okay. Aber... Also habt ihr den... Tessys Card in Dingströner. Habt ihr was dagegen, dass ich hier weiterspiele? Nö. Ist doch einfach nur, dass man den Bälle abhören kann. Wie lange? Spielst du jetzt eigentlich noch eine halbe Stunde oder so? Nee, ich kann bis 22. Also spätestens 22 muss ich raus. Ach so, äh... Termin? Morgen Arbeit. Da so spät? Na, Fio auch schön, also... Du kannst bis 22 spülen, okay. Ich hab... Ich hab vom Endboss Angst. Von der ersten... Von der ersten... Äh... Gen. Es ist Yugi. Uh, nice. Sieben Stunden habe ich dafür noch Zeit. Ich weiß nicht, ob ich... Ob ich will haben, was ich Bock habe. Aber... GX... 5D... Sechsel... Ag5... Farnis... Und bald kommt das DLC mit Seven. Wenn... Ich freu mich schon so hart. Boah, junge Leute hier... Ich geh mir kurz was zum Essen holen. Ah... Okay... Äh... Guten Hunger. Danke. Noch ein. Noch ein. Deadline war ja auch ein Teller. Das hört man schon. Ach, scheiße. Ich kenne mich immer dazu wieder, Experten. Nein. Oh, die sieht jetzt wirklich aus. Was ist jetzt noch... so... Okay... Die Älter derfenks sind jetzt gehört oder ist jaelling... was neu ist zt2 hälte wochen läuft das gerade so gut das spielst sigma ja weil mein lieber geklaut wurde hast du ein lucium team ja ja dann bist du eh schnell mit ihm jetzt oder schnelle zung ist nie hat hat ein bus gemacht okay aber dann nicht so gut aber er kann auch spiel muss machen ja das läuft richtig gut das ist ja auch in der arena total das hier ist jemand wo der rum ist schnabelschneid so hatte ich sieben stunden habe ich dafür zert verdammt ich hab grad den stream geschlaufen wo es so gut läuft das war doch mal ein guter einstieg gewesen das ist ein tater verwendet da gibt es noch besondere belohnung ja versuchen wir es mal danach müssen wir nur noch ein flugwürmer quest machen mal warte ja dann sollten wir das eigentlich haben scheiße erst bin ich tot aber ich hab vorher sie mitgenommen ja warum ist sigma so langsam das fackt mich echt am meisten bei ihm ab fünf stunden später was wie konnte ich dir so schnell meine fucking barriere zerficken ja das kann was werden ach man schon wie es läuft ok gegessen habe ich noch gar nichts das sollte ich mal scheiße ich hab's gehört Könntest du mal bitte nicht den rein? mein hartschutz ist das hektisch ins kiel alter nein sag halt auf komm schon Leute ich hab's so gut geschützt jetzt mach weiter komm schon ak So, schauen wir mal. Oh, da sind Spuren. Da oben, okay. Nope, das machst du nicht. Macht der Dino nicht das, was du willst. Na, der macht genau das, was er, äh, machen soll. Sich hinlegen. Oh, ist ein bisschen müde. Ja, aber ich musste ihm nachhelfen, sonst hätte er das nicht gemacht. Ja, ist schon okay. Ähm, wenn die schlafen müssen und die schärfen müssen, dann muss man halt nachdenken. Was hier hat. Äh, äh, boi. Mal sehen, was spielt der denn? Großschwert. Ah, cool. Genau das, was du wolltest? Ja, das ist gut, wenn er Großschwert spielt, mit dem macht man halt verdammt viel Schaden. Es ist halt nur eine ziemlich langsame Waffe. Ja. Und warum bekomme ich jetzt ständig Schaden ab? Mario, äh, okay. Ach komm, der Random-Tipp ist jetzt wieder gestorben. Oh nein, ich bin jetzt auch gestorben. Was hat der gemacht? Ich bin nicht in die Schaden. Was hat das Vieh jetzt gemacht, dass wir beide jetzt so schnell sterben? Ich bin auf. Was ist bei dem Vieh, ne? Der ist gehärtet, ja, ich weiß, dass er gehärtet ist, aber trotzdem, wie kann der jetzt, äh, plötzlich so viel Schaden auf einmal machen? Was, ähm, was hat er gemacht? Ich hab das überhaupt gar nicht mitbekommen. Ich meine, manche Eingriffe von ihm sehe ich, da weiß ich, dass er es Schaden macht, aber da, äh, da war es irgendwie nur die Luft, was er, äh, gemacht hat. Das ist mir erst mal Schaden. Warum tötet das so, äh, schnell? Was ist das? Hat sie hier mal die Öffene sicherer jetzt? Ich weiß nicht. Ich hoffe, sonst dürfen wir jetzt gar nicht mehr sterben. Hallo, ich wurde der Angriff und nicht Verteidigung. Ich habe auf seinen Kopf gezielt. Ja, gut. Ich glaube, es ist dann doch schon wieder zu Orosch zu wechseln. Ich dachte eigentlich, du würdest dann spätestens um 19 Uhr schlafen gehen und heute eh nicht mehr Orosch spielen. Wenn ich Sonntagdienstag kann ich ja später durchgehen. Ich war trotzdem aber noch zeitig begrenzt. Man hat zumindest etwas. Okay. Nice. Ich sehe nichts, aber es hat was gekriegt. Oh, wenn man das doch hat. Ich kenne nichts, ich habe mich auf jetzt schon frei gequillt, Alter. YOLO. Ja, ich habe gar nicht gesehen, dass es fettet Schwabelschmein auf dem. Oh, sehr gut. Kontrolle wäre fast runtergefallen. Und dann ist nur fast das. Komm, ich bin... Komm, ich bin... ...kampagne... ...hofflich gewinnig gegen... Wie sind es denn eigentlich bei dir aus, Pastor? Willst du auch noch in Orosch, Blutboxen, Farm in dem Halloween-Event oder nicht? Ja, ich komme gleich, ich mache noch das eine. Ja, dann bin ich auch dabei. Ich kriege mich an 8. Ja, noch Bock. Weil ich versuche, genau noch 2 Karten zu holen und dann habe ich es. Okay. Aber du kennst das wahrscheinlich, wenn man genau nur 2 Sachen braucht. Du zählst alles andere außer das. Ja. Vor allem. Ich habe gerade bei Genshin nochmal einen Helden gezogen und da habe ich leider keinen Windhelm bekommen. Aber ich habe jetzt endlich die eine Elektroschwertrolle, die ich haben wollte und Alter, ihre Ulti ist so fucking badass. Und auch ihre normale Komplett sieht hart geil aus. Ich habe jetzt 4 scheiß Windhelden. Okay. Ding, ding. Muss ich nicht mehr was sein. Elektrohelden. Weißt du wieso? Hm? Der ist gerade so dumm und hat sich gerade in 2000 Lieblingspunkte selber. Nein. Dumme Leute, geht auf der Welt. Oh, habe ich den Schwanz jetzt abgetrennt? Oh, du könntest immer den armen Schwanz abpapieren. Der ist wichtig. Das kann man so dem Monsanto machen, da bekommt man extra Loot. Ja, aber trotzdem. Hallo? Du willst doch auch nicht, dass man dir deinen Schwanz abmopst, nur für Loot. Ja, was soll man da großartig looten dann? Man hat einen abgetrennen Schwanz. Das bringt da nichts mehr. Was willst du mit dem Arme abgetrennen Schwanz, was nicht mehr hart wird? Ähm. Jetzt habe ich. Äh, einen äußerst realistischen Bild. Oh nö, jetzt bin ich in den Schuss gifting da ran. Och nö. Ich verreck gleich wieder. Habe ich noch Gesundheitsbewusstsein, Sascha, ich kann es wieder nutzen. Ich kann das Mittelfehl desaktivieren. Hier geht es in meinen neuen Hundeschaden. Also ich will meinen Mantel ausziehen. Und ich sollte mal nachwitzen. Ernsthaft, jetzt ist der eine zurückgezogen. Warum? Ich habe noch überlebt. Ich habe Angst gehabt. Boah, das könnte einfach... Das könnte jetzt einfach werden, das Du. Ich hätte nichts haben sollen. So, weil ich noch was. Jetzt hat, jetzt ruht der auch... Man sagt sowas niemals laut. Okay, er ist dumm. Er ist richtig dumm. Er hat gerade einen... Ähm, Monster mit... Ähm, 2500 Angriffspunkten ersetzt. Er ist also geopfert für ein Monster mit ca. 1750 Angriffspunkten. Nein, 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 ich bin da nicht rein. Ich will leben. Auch noch. Alter, du willst deinen Schwanz behalten, du willst leben. Was noch? Willst du noch ein Haus haben, oder wie? Jo. Oh, das habe ich ja schon... Keine eigene Sauer von meinen Eltern. Hallo, lass mir eine Nullbeere essen. Alter. Alter. Ah, der hat diesen... Äh, aller Träum draufschlusser. Jetzt wird's giftiger. Sehr schön. Und auch wieder diesen Ausdauer-Bust. Okay, wir hatten keine Empfehlung, der sicherer. Äh, wir haben die Flügel gebrochen. Okay. Nein. Schön wäre es, wenn ich, äh, das auch bei der Tränen schaffen könnte. Dann müsste ich ihn nicht tausendmal versuchen. Ich krieg die Schlaffe. Wie lange kannst du heute, Basti? Äh, heute ist Samstag, oder? Ja. Dann den ganzen Tag. Den ganzen Tag ist schon gesagt, jetzt haben wir abends wieder. Ja. Wie ist das? Was heißt das jetzt, bis, äh, Null Uhr, oder? Wenn meine Eltern nichts sagen, ja. Oder wenn ihr, wenn ich müde werde. Na, okay. Mal schauen. Was soll denn das gerade? Ach, das Vieh ist jetzt wieder da. Nee, ich hab verloren. Äh, überspringen die Katzen brauche ich jetzt nicht mehr. Jetzt probiere ich es, wenn mein... Ja! Schickt euch! Entschuldigung. Ich probier's. Warum, warum, warum unbedingt dieses Scheißvieh jetzt? Jetzt befestet der Beutezug. Scherisch dein Papier. Ich hoffe, später haben wir mehr Glück. Ja, ich glaube, ich würde das jetzt einfach so machen, dass wir jetzt, ähm, bis 22 Uhr Overwatch spielen und dann, werde ich wieder zum Monster Hunter wechseln. Ich spiele als zweites. Ich muss noch kurz die Runde fertig machen. Kein Stress. Wir haben ein paar Stunden Zeit, bis ich schlafen gehen muss. Alter. Jetzt habe ich ins Klo gegriffen. Komm, spielen morgen, offenes Monster. Tu's für mich. Ja, oder du hast fast 2.000 Lebenspunkte. Ist auch okay. Aber es wäre jetzt gerade noch am sinnvollsten Overwatch zu spielen, weil man in der Gruppe halt mehr Erfahrung bekommt und dadurch halt schnell an den Lutboxen rankommt. I'm sorry, Drago. Aber ich schau, dass ich dann so gegen 22 Uhr wieder Monster Hunter und schmeiße. Bis später dann. Ich muss sagen, ich finde das ein bisschen bescheuert, dass es dann beendet, statt zu sagen, okay, wir wechseln jetzt sofort. Ich reprie's noch so gegen 22 Uhr. Sorry. Vielen Dank.